Okay, 19 Uhr, also ich brauche eure Hilfe, denn erstmal, bevor ich jetzt darauf eingehe aufs Opening, müssen wir uns gleich überlegen, wie wir das bewerten, okay, weil ich möchte euch gerne mitbewerten lassen, weil ihr seid alle da, ich finde das wäre cool, wenn ihr mitmacht, ich will das nicht alles alleine machen, also, aber erstmal möchte ich allen Leuten, die jetzt gerade da sind oder gerade das Video sehen bei YouTube oder was weiß ich so, ganz, ganz lieben, vielen Dank, dass ihr mir Post geschickt habt, ich finde es richtig mega nice, als ich bei der Post war und als ich da hingegen und dann dachte ich so, boah, was machst du eigentlich, wenn dir jetzt nur zwei Leute was geschickt haben oder keiner, dann dachte ich so, oh Gott, ey, das wäre so, das wäre so peinlich, aber es haben hier eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht Leute, acht Leute was geschickt, ich finde es ganz ehrlich, dafür, dass ihr euch so die Mühe gegeben habt und allgemein nur der Wille das ist für mich schon, das zählt für mich schon, ob die Bilder gleich toll sind, nicht toll sind, ist mir so egal, ich würde euch echt allen erstmal richtig dafür danken und irgendwie würde ich euch allen irgendwas dafür schenken oder so, aber die Regel war ja, der Gewinner kriegt 15 Euro, eine Karte, Google Play oder was weiß ich, muss mich mal überlegen, was ihr für ein Device habt, iOS, Android und der zweite, muss ich mal vielleicht, wie wäre es mit, wenn ich ein Fan Summling mache oder wenn ich ein Review auf euren Account mache und beim dritten würde ich es genauso machen, dann könnt ihr euch was überlegen und wenn der erste das auch möchte, können wir es auch noch machen, also die ersten drei kriegen irgendwie noch ein Video, ein Review oder irgendwas, was ihr so haben möchtet, die ersten drei und der allererste kriegt wie gesagt noch die 15 Euro, aber ich finde es super nice, dass ihr alle mir was geschickt habt, so bevor wir jetzt das hier aufmachen, bevor wir jetzt auf die Post kommen, möchte ich nochmal kurz das eine Bild zeigen, was ich per Mail bekommen habe, das öffne ich jetzt mal eben, klar Moment, so, achso, jetzt habe ich es hier, wartet, okay, dann muss ich das, äh, wie zeige ich das jetzt am besten, das ist von, ich sag's euch kurz, oder ich zeig, ich blende es euch jetzt schon mal ein, ich muss meine Cam eben ausmachen, ich blende es schon mal hier ein, kann ich das, warte, ich will das ordentlich haben, Fensteraufnahme, so, da ist es ja, so, das ist von, äh, Despforte, made by Despforte, schöne Grüße an die Klasse 10 in der Landesschule Vorta und Armin von Bismarck, cool, ich finde es ist richtig schön heiß geworden, Additional Turn steht hier oben rechts und links steht Hashtag Counter bei Despforte, ey, schade, dass du so wenig geschickt hast, schade ist, weil das, das hätte ich gerne aufgegangen, das sieht echt cool aus, wie hast du, so, selbst sowas, no way, nie hingekriegt, hätte ich nie hingekriegt, ganz ehrlich, ist echt cool geworden, Also schöne Grüße an die Klasse 10 in der Landesschule Vorta von Armin von Bismarck und danke dir nochmal, Despforte, bist du da gerade? Danke für das tolle Bild, okay, das kann raus, kurz nächster ran, gut, jetzt geht es an die Post und ich muss ein bisschen aufpassen, denn, äh, ihr habt teilweise euren richtigen Namen hier drauf geschrieben, ich will das natürlich, ich mach das jetzt erstmal auf, also wir nehmen jetzt den Umschlag von, den Vornamen kann, darf ich den Vornamen sagen, ja, ne, wenn der, wenn der, wenn der auf dem Bild kein Name draufsteht, dann nehm ich den, nenn ich dich beim Vornamen, so, Let's go Leute, wie geil ist das denn, FanFost, yeah, ich hoffe, Robby zerschneidet nicht den Namen von mir, hab ihn nur auf dem, ne, ich mach das, ich mach das, ich mach das per Hand auf, okay, so, okay, 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 Umschlag ist leer, und wir haben hier hinten steht drauf, ich kann es noch nicht sehen, okay, Lady Lucy steht hier, Lady Lucy, wahrscheinlich heißt auch hier, Lady Lucy, und ich zeig's euch erst, okay, ich hab neulich nicht drauf geguckt, yeah, los, haut raus, Leute, was seht ihr, haut raus im Chat, ich brauch ein bisschen mehr Licht, das ist doch mit so ner Folie, so, cool, sieht cool aus, ey, ohne Scheiße, selbst das, hätte ich, ich kann das überhaupt nicht so was, also, das hier, von Lady Lucy, cool, danke, dank dir auf jeden Fall, natürlich, Okkult Mädchen, welches kann man jetzt natürlich nicht erkennen, ist auch in Schwarz-Weiß gezeichnet, vielleicht ist es, ich halte hier gerade meine Hand ein bisschen vor, weil hier hinter steht noch ein Name, den will ich nicht zeigen, aber hier ist so ein, ist so ein Teddy, ist doch so ein Teddy, das könnte meine Annabelle sein, das könnte meine Annabelle sein, ok, das von Lady Lucy, ich zeig euch erst alle Bilder, und dann bewerten wir die, ja, und dann, hier, klatschen wir die hier hin, klatschen wir die hin, dann hängen wir die hier geil auf, so, ok, nächstes, so, das ist von, ja, ich will den echten Namen ja nicht sagen, aber deswegen mach ich's erst auf, vielleicht steht da ja noch ein, ein, ähm, richtiger, ein, Künstlername drin, ok, lol, was ist das denn? Ausgeschnittene Figuren, oder wo? What? Ok, 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 ich zieh einen draus, ich muss mir den selber erst angucken, nicht, dass sie irgendein schmutziges Zeug gemalt hat, oha, wie cool, hey, das ist ja geil, es kommt bei mir ans Fenster, ok, der erste, ok, da derjenige keinen, äh, Namen oder so geschrieben hat, das ist Jakob, ja, Jakob hat's mir geschickt, richtig cool mit Pappe richtig, ist das, Verde, viel Glück, Leute, beim nächsten Mal Verde zieht, für den Weihnachtsbaum, so, da ist noch mehr drin, da ist noch mehr drin, ja, hier ist noch ein kleiner Zettel, hier ist ein kleiner Zettel, äh, the real unlucky, gemalt von Jakob und Anton PS, Robbe bist einfach bestammern, cool, geil, so, da ist noch mehr drin, das ist wie, das ist wie Geschenke aufmachen, könnt ihr das lesen? Crystal Summoning, ja, das muntert mich echt mit dir auf, ihr seid so geil, nach meinem scheiß Summoning, das ist das Geilste hier, das macht so Bock, das ist richtig cool, Crystal Summoning, so, nächstes, oder, oh, Weihnachten ist bei Robbe heute schon, ja, willst du auch mal einziehen? ey, Lucian, ey, das ist so ne geile Idee, ich hab ja gesagt, mal halt ein A4 Bild, aber das ist allein für die Kreativität, richtig cool, noch, das nochmal, ey, ihr habt euch so Mühe gegeben, ihr habt euch so Mühe gegeben, so, oder, oh, 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 ohện Wartet. Wartet. Deo, der Verbrecher. Ich bin so froh, dass du mir kein AK gemacht hast. Ey, das muss ich mir. Das hänge ich mir alles hier hinten richtig schön dran. Hier so. Warte mal. Sogar hier oben Richtig schön mit Schleife alles Boah, das nur aufhängen So, das noch Nein, das war's Das war's Super von The Real Unlucky Jakob und Anton Cool, also Das kommt hier Das lege ich erstmal alles hier rein Damit ich das nicht durcheinanderbringe Cool, danke, danke Richtig nice Richtig coole Idee Okay, next one Next one ist von Alina Okay, das ist schon mal Da habe ich mich auch gefreut Warte, ich muss das ein bisschen verbergen Weil sonst seht ihr die richtige Adresse Das ist schon mal hinten Hinten auf dem Umschlag Ein Das ist in Rot Damit kannst du den Punkt bedecken Kurz neue Runde starten Okay Und Alina Kenne ich Also Die schreibt öfters Kommentare Und ist öfters auch hier Ich hoffe Alina, du bist auch gerade da Ansonsten wie gesagt Du guckst ja das Video Schreibt sehr viele Kommentare Von daher Dein Name Sag mir zumindest Was schon auch im Real Life Ich weiß zumindest schon mal Wer du bist Hüpp So, okay Okay So Alles raus Snow Snowdrop Ist vielleicht nicht da gerade Schade Doch da Snowdrop Crystal Da bist du Cool Wow 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 Kann man das Kann man das Kann man das gut erkennen So nice Ich brauche mehr Licht Oder So nice Wow Wie viel Wie viel Farbe Das ist eigentlich zu schade Das ist eigentlich zu schade Das so weit weg zu halten Guck mal Da erkennt man das fast gar nicht mehr Zyros Und sie hat noch eins geschickt So Jetzt noch ein Bild von Mars Freund von Snowdrop Er wurde gezwungen Steht hinten drauf Das ist Spiegelverkehrt Oder? Wer hat dich dazu gezwungen? Ah der gute Der gute Der gute Troll Hey Bob Find ich auch ein Bild dabei Okay Danke Cool Das ist krass Das ist echt krass Das ist richtig krass Ja Acker Du bist auch krass Du bist auch krass Acker Okay Das tun wir mal wieder hier Hier drauf Was steht da? Da steht Robbe hat Ifrit 5 Star bekommen Acker mir Das ist cool So Next one Der nächste ist von Jan Von Jan Alina hat mich gezwungen Danke Alina Dass du ihn gezwungen hast So Eben kurz Restart So was könnten wir öfter machen Oder? Ist mega cool Let's gucken Ob alles raus Yay Saburoz Robert Yt Bester YouTuber Der Welt Was ist das hier unten? Nein das ist Orion Hätte ich das mal eher aufgemacht Dann hätte ich Orion bestimmt gekommen Was haben wir hier oben? Wartet mal Giant Speed 10 Hier steht noch 10k Abos Hier oben ist Giant Speed 10 Was das genau erkennt Weiß ich nicht Was das genau ist Halt ich bin so durch 10 Stunden Stream ist übelst krass Da steht sogar Orion Kacktrolltwas hat mir heute Zwei mal den falschen Brownie gegeben Da Ja man Das sieht Das erkennt man zumindest auch von Weiten So Vielen 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 Dank schon mal Next one Next one Ist von Äh War das gerade von Jan? Weil wir haben noch eins von Jan Also von anderen Jan Aber Wer ist es? Wer ist es? Okay Ist ein Folie Ich hol's raus Steht irgendwas drauf Twitch Jan 3 4 5 8 Steht hier drauf Lassen wir ihn weg Okay Leute Haltet euch fest So Haut raus Wer ist das? Wie heftig Das ist glaube ich Ist das so Ist das so eine Art Wachs? Nee Das ist nur Sehr stark Sehr stark gemalt Ich dachte erst Das wäre Wachs Gra Oder? Ey Das ist so heftig Das ist Ey Das ist Alleine Allein Kopper Allein Kopper Hätte ich nie So hingekriegt Nice Nice Cool 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 What? Ich freu mir Einen Ast Ey Ich freu mir Richtig Einen Ast Abgerade Vielen Dank Vielen 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 Dank So Danke für die Follows Next One Next One Ist von Jessica Oh Richtig zu Richtig noch Getaped Dass bloß nichts Rausfällt Das ist auf keinen Fall Ausgedruckt Das merke ich doch Sofort Auf keinen Fall Ausgedruckt Krieg gar Bock Selbst zu zeichnen Next Next Fein So Jessica Hat sie hier Richtig ernst Gemeint Krass Erstmal Text So Hi Robbe Ich hoffe das Bild kommt noch rechtzeitig bei dir an Leider habe ich erst recht spät die Adresse gesehen Ich möchte dir gerne für deine Videos danken Ich habe mir schon sehr oft den ein oder anderen Tipp Daher den ein oder anderen Tipp geholt Ich würde mich jedenfalls freuen Irgendwann mal mein Fanart bei dir an der Wand zu sehen Viele Grüße Jesse Jesse AK MS Minturi Hinturi Mit Devilman Alter ist das krass Das ist Zeichenkunst hier auf höchstem Niveau Die Farbe kommt Ey die Farbe Guck doch mal wie fein das gezeichnet ist Hier den Wald Das ist richtig krass Das ist richtig krass So viel Detailliebe Das ist so cool Das ist richtig cool Er hat er ohne Scheiß Das hier ist richtig Die richtige Drawkunst Heftig Also das macht man echt nicht mal eben so Das richtig Arbeit Das ist echt mit fetten Respekt zu diesem echt richtig heftig geilen Bild Cool ey Das hast du auf jeden Fall nicht zum ersten Mal gemacht Da sieht man da ist richtig Kunst drin Das ist richtig Kunst drin Das ist echt heftig Danke 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 echt Wow Okay Nächster Nächster von Eva Okay So Wait 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 Okay Ich hab's noch nicht gesehen Ich zeig's euch als erstes Aber warte ich muss gucken was da drauf ist Nicht dass Ich hab keinen Bock einen Twitch-Pan zu kriegen Okay Jetzt nächster misstrau Oh Cool Ist das geil Guck mal man sieht schon so einfach in Augen Dass ich grinse Guck Richtig cool Ist in schwarz-weiß gehalten Ohne Farbe Ich müsste es eigentlich Komm mal her Kamera Komm mal her Kamera So Die Augen Richtig cool Richtig cool Ihr habt alle Talente Leute Eva vielen 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 lieben Dank Vielen lieben Dank Okay So Last but not least Einen haben wir noch Von wem das ist Sehe ich nicht Denn hier steht Kein Name drauf Wenn einer sagt Ich glaube ich hab dir auch was geschickt Achso da oben ist jetzt mal ne Kamera Robbe ich hab dir auch was geschickt Ist wohl nicht angekommen Oder irgendwas Ich kann gerne nochmal am Montag zur Post fahren Und nochmal nachfragen Okay Falls Falls ihr es vielleicht spätlos geschickt habt Und sowas Ist kein Problem Dann mach ich das in einem Video auf Aber heute war Das ist leider ein Sendeschluss Deswegen kann ich euch heute natürlich nicht mehr in die Dings trainen Oh Quinn Ich glaub das ist deins Quinn ich glaub das ist deins Mit Okay Okay Ist das letzte Haut raus Leute Was ist das Kann man erkennen Guckt euch diese Liebe zum Ausschnitt an Geile Sache ey Geile Sache Ne Beth ist es nicht Beth ist es nicht Edna Edna Skindex Nice man Danke Danke Quinn Das waren meine Einsendungen Wie gesagt nochmal Wenn ihr Ach da oben ist die Cam Ich guck an da und da Hier ist jetzt die Cam Wenn euer Bild nicht dabei war Falls ihr es zu spät losgeschickt habt Oder ich weiß nicht was Sache war Dann wie gesagt Ich kann gerne nochmal nächste Woche zur Post fahren Schreibt es mir aber bitte Unter einem Kommentar in einem Video Dann vergesse ich das nicht Ich kann es aber natürlich nicht mehr in die Wertung heute reinnehmen Aber ich zeige es dann gerne nochmal auf dem Stream Okay Gut Jetzt müssen wir das Ganze bewerten Okay Okay Wir machen das so Was haltet ihr davon Wie wollen wir das jetzt machen Also ich würde sagen Wir suchen uns Best of 3 raus Best of 3 Und dann Machen wir eine Stropper auf Die kennen das hier hinten So Ich würde sagen Best of 3 Oder soll ich alle in die Stropper reinpacken Oder soll ich alle in die Stropper reinpacken Alle 9 Waren das 9 Und ihr könnt dann 1 picken Oder ihr könnt auch Ich habe ein 2 bei D Ich kann in der Stropper auch Anklicken Dass ihr 3 auswählen könnt Also ihr wählt die besten 3 Könnt ihr anklicken Ja Also macht bitte 3 Votes Weil wir wollen hier die besten 3 haben Und Derjenige der da am meisten Votes hat Und so weiter Kriegt dann Oder die besten 3 Wie gesagt Leute Ganz ehrlich Wenn ihr jetzt gleich nicht gewinnt Ich danke euch für diese ganz tollen Bilder Und Wie sagt man immer Dabei sein ist alles Ja Seid nicht enttäuscht So Wir machen das Stropper Wir machen das hier jetzt gemeinsam Ja die kleinen Anhänger kommen natürlich auch mit rein Ich gebe hier So Die Die besten 3 Ich kann doch hier noch mehr Antworten zufügen Ja okay kann Okay ihr müsst jetzt Ihr müsst jetzt genau gucken Ja Wir nehmen Also Nummer 1 Wenn ihr es Schreibt es euch am besten auf Ja weil sonst kommt ihr vielleicht näher durcheinander Okay Nummer 1 War Waren diese Also ich Nummer Das jetzt einfach so durch Ja Also die Ich nenne die jetzt die Anhänger Ja Okay Nummer 2 War Diese Süße Dame Nummer 2 Nummer 2 Nummer 2 Nummer 2 Occult Okay Guckt es das nochmal genau Wartet Wirft nochmal einen Blick drauf Hey was ist das hier Okay Nummer 2 So Nummer 3 Nehmen wir sie Nummer 3 nehmen wir sie Edna Ihr müsst euch schon Macht eure persönliche Rang voll Gleich schon Sonst habt ihr gleich Alles vergessen Edna Okay So Nummer 4 Nummer 4 Wie heißen die nochmal Wo ist jetzt mein Sporpal Wo ist jetzt mein Sporpal Hä Wartet mal bitte Da Okay Hab alles wieder Ich nenne das mal Ich nenne Wie heißen die denn nochmal Hey Sie helfen mir gerade auf die Sprünge Äh Mir fällt immer nur Katharina ein Fällt immer nur Katharina ein Das ist 3 Äh 4 4 4 4 4 4 4 4 Sag doch mal Haut mal raus Wie heißt die nochmal Trinity Camilla Camilla Mein Gott Aber mit 10 Ne Nein Camilla ist Valkyrie Valkyrie Weil Valkyrie So ne Valkyrie Jetzt Also 4 ist Valkyrie Valkyrie Danke 10 Stunden 30 Sorry Leute Sorry So Okay Jetzt nehmen wir Geht mal Fans auch mal weg Okay Kuma Nummer 5 Nummer 6 Das ist nochmal 6 Seht ihr es auch Halt ich es krumm Lasst euch Zeit Leute Lasst euch Zeit Okay Haben wir Leica Okay Nummer 6 Leica So Nummer 7 Nummer 7 War Hier Akamir Bild Akamir Bild Mit Dragon Mit Dragon Zyros Nummer 7 Und Last but not least Waren es jetzt 8 Haben wir jetzt 8 Ich zeige gerne mal durch Bester YouTuber Das ist mein Winner Mein Winner Oh Yt So Warte mal Jetzt Zunehmen wir 2 3 4 5 6 7 8 Okay Wir haben 8 So Wir können Mehrfach antworten Möglich Okay Also könnt ihr mehrere Anklicken Klickt bitte nur 3 an Oder so Oder Ist das eigentlich egal Ja 3 wären aber Nett Aber wenn ihr 4 geil findet Meinetwegen Okay Mail Mail wie gesagt Gehört nicht zum Gewinnspiel Die Mail gehört nicht zum Gewinnspiel Habe ich auch oft genug gesagt Aber ich kann gleich nochmal Mails checken Wann habt ihr mir denn das geschickt Mit den Dings So Äh Kommentare Lern Okay Gleiche IP mehrfach zulassen Machen wir Nicht Das heißt Ihr seid alle von zu Hause Denk ich mal Okay Ich erstelle den Link Okay Okay let's go Ich stimme Hab selber nicht mit Abschnitt Aber ist auch egal Ich freue mich über alle Bilder Die ihr mir geschickt habt Wow Tett Wow Tett Wow Tett Okkult Valkyrie Anhänger Okkult Valkyrie Robbe Ednav Go Leute Alle Abschnitt 281 Stimmen Da geht noch was Los 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 Die haben es alle verdient Voted 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 Hier unten 10 Stunden 40 Dann haben wir den Gewinner So das sieht mir sehr nach Kuma aus Das sieht mir hier sehr nach Kuma aus 336 Stimmen Wie das erste Bild hatte ich Du lässt es nicht teilnehmen Wie was meinst du genau Das verstehe ich nicht So und noch Es ist Die Zeit ist vorbei Okay ich glaube es ändert sich Aber Nix mehr an dem Ergebnis Auto Update aus Das heißt Wir haben einen Gewinner Zum Beispiel Erstmal Leica Auf Leica Auf Rang 3 Yay Und dann haben wir Zyros 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 auf Rang 2 Und Das echt Das echt Perfekt Gemalte Bild So nice Winner Yay Von Jessica Richtig Nice Jessica Du musst bei deinem Talent bleiben Du musst bei deinem Talent bleiben So Also Von Jessica Also ihr drei Die jetzt Also von Kuma Zyros Von Leica Ihr drei habt auf jeden Fall ein Video Und something Irgendwas Was ihr gerne haben möchtet Won Und natürlich das Kuma Bild 15 Euro Google Play Oder IOS Karte Blablabla Irgendwas Am besten Schickt ihr mir nochmal Schickt mir bitte eine Mail Schickt mir bitte eine Mail An Robbe LPP At Yahoo Punkt E Sag bitte Hier Ich hab das Leica Bild gemacht Ich heiße so und so Bitte mach für mich Ein Summoning Video Mach ein Review Erklär mir irgendwas Mach mal ein Guide Darüber irgendwas was ihr möchtet Könnt ihr mir schreiben Und an An das Kuma Bild Noch kurz Was möchtest du haben IOS oder Android Dann schicke ich dir das zu Okay So Und jetzt wollen wir natürlich Bilder noch kurz aufhängen Dafür muss ich jetzt Fuck Wartet mal eben Ich habe bei ihm Möchtest du Ich habe So, ich habe gerade gehört, irgendjemand hat geschrieben, ein Bild ist nicht da. Wie gedacht, tut mir leid natürlich, ich schaue gerne nochmal dann nächste Woche bei der Post nach. Vielleicht ist es zu spät angekommen, vielleicht seid ihr aus Österreich, Schweiz oder so, ich weiß es nicht genau. Dann zeige ich es in einem von meinen Videos auf jeden Fall. Ist nicht untergegangen, aber leider gibt es natürlich heute nicht eine Wertung, kommt aber natürlich auch auf meine Wand hinten, ganz klar. Wir hängen jetzt, wir hängen jetzt, wir hängen jetzt zumindest ein, zwei Bilder eben auf, alle jetzt aufzuhängen würde jetzt zu lange dauern, das mache ich dann in Ruhe mal, aber wir hängen jetzt zumindest mal. Hier, die kommt hier in die... Ich muss vielleicht meine Cam ein bisschen umstellen. oder? So, komm wir hängen jetzt alle auf. Kannst du die Bilder einscannen? Ich habe leider keinen Scanner. Ich habe leider keinen Scanner. Da, 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 da. So. 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 So geil. Leute, ich danke euch. Ich danke euch. Und jetzt natürlich noch die kleinen. Die Anhänger. Ich müsste den hier eigentlich. Hier an mein Mikro machen. Luschen. So, ich habe den Chat die ganze Zeit gar nicht mehr gelesen. Sorry Leute. Wenn ich es aufgegangen habe. Könnt ihr in den Chat noch etwas schreiben. Dann lese ich gleich. Der King. Und Marfi Marf. So. Ich habe jetzt alle Bilder an der Wand. Ich weiß nicht mehr welches Bild in welchem Umschlag war. So. Deswegen bitte schreibt mir eine Mail. Wirklich. So, wenn ihr jetzt noch Fragen habt, in Chat, please, jetzt bin ich wieder vor euch da, kurz zuzumachen. Ich finde es so nice. Jetzt setze ich mich vor diese geilen Bilder. Acker! Acker der Bob! Ich habe mich jetzt nicht in die Wertung gerade mit reingenommen, weil ich hatte gesagt, ich bewerte ein Bild, ne? Aber Acker der Bob, kommt, okay, er kommt, ja, okay, ja, 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 okay. Ist ja gut, Leute, überruhigt euch. Na ja, warte mal. Ich brauche eine extra Cam für die Bilder. Ich habe heute eine Webcam gesucht. Ich habe heute eine Webcam, ich weiß, ich habe auch noch eine. Ich müsste es eigentlich wirklich, für die Bilder müsste ich eigentlich echt nochmal eine Cam machen. Das ist so geil, ey, ich freue mich, ich freue mich echt. Ich freue mich einfach. Das ist... Ich danke euch nochmal. So, kurz aufräumen. So, habt ihr jetzt noch... Der Bob fehlt, okay. Brauchst ein extra Cam für die Bilder. Ja, ist, okay, jetzt immer ein Farber. Jetzt fehlt da noch was, ne? Ich brauche mehr Bilder. Vielleicht machen wir das nochmal. Vielleicht machen wir das nochmal. Aber für heute ist der Contest beendet. Ich gucke jetzt nochmal kurz die Mails durch. Ich mag gar nicht davor sitzen, das ist so scheiße.